Als Schweinsbraten vom Schopf, so sweet. Die Zutaten für vier bis sechs Portionen sind. Ich habe da zwei Kilo wunderbaren Schopfbraten bzw. Nacken vom spanischen Beerekuhschwein. Zum Würzen benötigen wir Kümmel, grobes Meersalz, geschrotteter Pfeffer, Alps-Knoblauchpaste, Senfkörner und etwas Oregano. Die Gewürze werden gut vermischt und etwas geschrotet. Ich fange einmal mit 1,5 Löffel Salz an, 1 schwacher Löffel der bunte geschrotete Pfeffer, 1,5 Löffel Senfkörner, 1 Löffel Kümmel und etwas vom getrockneten Oregano. Alles gut vermischen und schon etwas zerdrücken. Jetzt kommt noch ein guter Löffel Alps-Knoblauchpaste dazu. Das entspricht ungefähr fünf Knoblauchzehen. Wieder gut vermischen und etwas zerdrücken. Dass unsere Gewürzmischung etwas sämiger wird, kann man optional etwas Olivenöl dazugeben. Die Gewürzmischung streichen wir jetzt gleichmäßig rundherum auf unser Fleisch. Die Gewürzmischung streichen wir jetzt gleichmäßig rundherum auf unser Fleisch. So kommt das Ganze jetzt in den Vakuumbeutel. Ist dieser zu groß, schneiden wir ihn etwas zurecht. Vakuumieren. Bei 76 Grad 11 Stunden ziehen lassen. Vakuumbeutel vorsichtig aufschneiden, Fleisch herausnehmen und Fleischsaft in ein extra Gefäß leeren. Das Fleisch in die Bratenpfanne legen, den Boden der Bratenpfanne mit einem Zentimeter Fleischsaft auffüllen. Der Braten kommt bei 230 Grad Ober- und Unterritze in den Backofen oder so wie heute bei mir in den Holzbackofen und wird knusprig gebraten. Knusprig gebratenen Schweinsbraten decken wir zum Rasten mit Alufolie zu. Circa 15 Minuten in der Zwischenzeit beginnen wir mit der Soße. In die Pfanne gut hineinstauben und mit dem Soßenbesen verrühren. Mit der Fleischsoße aufgießen. Durch ein Sieb sein ungefähr 5 Minuten köchnen lassen und noch einmal abschmecken. Als Beilage habe ich warmen Krautsalat, Rahmgurkensalat und Semmelgnudeln gerichtet. Von der Zubereitung der Beilagen gibt es ebenfalls Videos auf meinem Kanal. Die Links findet ihr dann in der Beschreibung. Hier bleibt jetzt nur noch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, liked es und abonniert meinen Kanal. Viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit.